Musik Alles klar? Ich hab doch erst Geburtstag im August. Ja, machen Sie jetzt in der Praxis auf oder? Ich meine, das Schild haben wir ja schon jetzt quasi. Haben Sie jetzt beide den Verstand verloren, so ein bisschen? Da sieht man gewisse Sachen. Ja, ich hoffe, wir werden viele Verdenken haben. Ich werde uns verlassen. Wie denn? Ich würde meinen Namen alle Ehren machen. Alles klar, danke Ihnen für dieses hervorragende Schild. Ich bin auf der Praxis in der Praxis. Das war's. Ich bin auf der Praxis. Ich bin auf der Praxis.